Denkt man an den Ford Mustang, fällt einem zuerst einmal folgendes ein. Achtzylinder Motor, Großvolumik, Power, Sound, Coupé, Cabrio, erschwinglich und The Way of Life, Way of America. Und genau das wurde dann alles quasi zerstört, als Ford vor gut zwei Jahren den Ford Mustang Mach-E vorstellte. Die elektrische Variante eines Ford Mustang und aus dem wurde dann tatsächlich nicht nur ein Elektrofahrzeug, sondern auch gleich noch ein SUV. Ja, da waren viele erschüttert, vor allem auch wirkliche Markenenthusiasten. Doch, wie man sieht, die Verkaufszahlen sind durchaus gut für den vollelektrischen Ford Mustang Mach-E. Und wir wollen heute herausfinden, wie viel Spaß macht denn eigentlich das Top-Modell mit 487 PS, 860 Newtonmeter Drehmoment, mehr als es je ein Ford Mustang hatte. Und wir wollen natürlich herausfinden, wie sich das Fahrzeug auch im Alltag bewegen lässt. Aus dem Grund nehme ich euch heute wieder mit auf die bekannte Verbrauchsrunde hier bei Ubi Tested. 50% Überland, bergauf, bergab. 40% Autobahnanteil mit Vmax 130, denn es handelt sich ja hier schließlich noch um ein Elektrofahrzeug. Und wir fahren 10% Stadtverkehr. Wir wollen also herausfinden, natürlich wie effizient arbeiten die zwei Elektromotoren, die wir hier haben. Wie weit kommen wir mit der 88 Kilowattstunden netto fassenden Antriebsbatterie? Wie schlägt er sich denn so mit den Platzverhältnissen? Wie fährt er sich allgemein? Was sind die Besonderheiten des Ford Mustang? Was kostet er vor allem? Und was verbraucht er am Ende? Das wollen wir alles in diesem Video erarbeiten. Und dazu lade ich euch ein, heute mein Fahrgast zu sein auf unserer Verbrauchsrunde. Und wenn euch das Ganze gefällt, vergesst natürlich nicht den Daumen nach oben, das Abo des Kanals und vor allem eure Meinung unten in der Kommentarbox, damit wir am Ende des Videos auch über den Ford Mustang Mach-E GT ein wenig diskutieren können. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit mir, dem Ubi und dem orangefarbenen Ford Mustang Mach-E GT. Viel Spaß! Viel Spaß! Viel Spaß! Fans des Ford Mustang mussten erst einmal diesen Klops schlucken und zwar wortwörtlich Klops, denn der Ford Mustang wurde zum Elektro-SUV umgemodelt, muss man einfach mal so sagen. V8 Saugmotor raus, Hinterradantrieb raus und was ist geblieben, auch noch die schöne Karosserie ist weg, ein schönes Coupé nicht mehr vorhanden und ein Cabrio gibt es dann auch nicht mehr. Doch natürlich jetzt mit dem neuen Ford Mustang ist das auch wieder alles in Ordnung, die Wogen sind geglättet und man hat sich auch bereits an die durchaus gefällige Optik dieses kräftigen SUVs hier gewöhnt. Und der Mustang Mach-E kommt ja wirklich schön dynamisch daher, hat einen sehr kurzen Hecküberhang vorne, eine lange Schnauze, bullig kommt er daher, breit kommt er daher und als GT, als sportlichste Variante dann auch noch richtig Performance in der Hütte. Denn wir haben ja schließlich zwei Elektromotoren, die hier für Kräfteverhältnisse sorgen, wie in einem Supersportwagen mit 487 PS und 860 Newtonmeter maximalem Drehmoment, was auch manch Muscle Car gar nicht besser kann. Aber optisch erst einmal, wir erkennen die Ford Mustang Spezialitäten auch im Design wieder, sehr schmale Voll-LED Scheinwerfer, die wir hier haben, auch mit dem LED Tagfahrlicht, mit den feinen LED Stäben, das heißt man erkennt sofort, dieser Ford ist ein Mustang. Auch der Kühlergrill bzw. diese geschlossene Maske, die wir hier haben, mit dem Pony als Logo hier drinnen, erkennt man sofort, das hier ist ein Ford Mustang und wer es an der Front noch nicht erkennt, der erkennt es spätestens am Heck mit den charakteristischen Rückleuchten, die hier ein bisschen weiter auslaufen in Richtung Hohlflügel und das Fahrzeug nochmal optisch ein bisschen mehr in die Breite ziehen. Laufrichtungsgebundene Blinker sind auch USA typisch, die wir hier haben, Voll-LED Technik ist auch an Bord, sowohl vorne als auch hinten mit Matrix Funktion an den Frontscheinwerfern, die funktioniert soweit auch ordentlich, allerdings könnte da der Fernlichtassistent ein bisschen schneller auf Gegenlicht reagieren und da auch ein bisschen schneller die Scheinwerfer anpassen in der Praxis. Was die Platzverhältnisse angeht, darf man bei diesem Spaßfahrzeug, was es vorwiegend auch sein möchte, jetzt nicht zu viel erwarten. Praktikabel ist er, aber nicht praktikabler als etwa Konkurrenten wie das Tesla Model Y etwa. Denn wir haben hier hinter der elektrisch öffnenden Heckklappe einen eher durchschnittlich großen Kofferraum, 402 Liter Stauraumvolumen sind es, maximal mit der im Verhältnis 2 Drittel, 1 Drittel umlegbaren Rücksitzbank werden es dann 1420 Liter. Wir haben eine hohe Ladekante, aber eine gute Beladbarkeit, wir haben nicht allzu viel Beladeraumhöhe aufgrund der etwas abfallenden Dachlinie, das ist ebenfalls bei vielen SUVs im Normalmodus eher dann besser gelöst als hier beim Mach EGT. Was wir haben sind gute Platzverhältnisse im Fond, es gibt genügend Knie- und Kopffreiheit, auch Kindersitze sind leicht zu installieren durch große Türausschnitte, man sitzt angenehm hoch, auch die Lehne, der Rücksitzbank ist angenehm in ihrem Winkel aufgestellt, auch die Polster sind angenehm straff, aber noch gut komfortabel ausgeformt und geben auch noch ein bisschen Seitenhalt, also da ist das ganze Gesamtpaket genauso stimmig wie eben auch die Ausstattung im Fond mit Stromanschlüssen, Ablagemöglichkeiten und auch einer Klimatisierung. Etwas schade finde ich persönlich, es gibt zwar eine Sonnenschutzverglasung, aber leider keine Sonnenschutzrollos, die wären dann für die kleinen mitreisenden Passagiere auf alle Fälle noch wünschenswert. Vorne sitzt es sich vorzüglich hinter einem 3-Speichen-Lederlenkrad, was super übersichtlich in der Bedienung ist, lediglich die Haptik, die ist hier nicht so angenehm, dieses Kunstleder finde ich jetzt nicht so schön, das würde hochwertiger gehen. Schön allerdings der Armaturenträger hier gemacht, auch mit dem Wechsel aus Stoffelementen, leichten eloxierten Leisten und Alcantara-Bezügen, also das macht echt was her. Auch die Sitze sind toll, sportlich ausgeformt, elektrisch einstellbar, Lordosenstütze einzig, eine Schenkelauflage gibt es hier jetzt nicht, aber die braucht es in dem Moment auch nicht, weil die Sitze angenehm groß in ihrer Polsterung geraten sind. Auch langstreckentauglich sind sie 1A, also hier bietet der Mustang Mach-E gute Reisequalitäten auf alle Fälle schon mal in der ersten und zweiten Reihe. Bei der Innenraumgestaltung hier vor allem beim Infotainment scheint man hier bei Ford auch Tesla so ein bisschen als Benchmark gesehen zu haben, denn wir haben jetzt hier in der Konsole ein riesiges Info-Display, welches auch die Hauptbedieneinheit hier des Fahrzeuges darstellt. Es ist Gott sei Dank nicht so extrem abgespeckt worden, die Bedienung oder einfach nur auf das Display bezogen, wie bei Tesla, sondern man hat das Sync 4 genannte Betriebssystem hier integriert. Sync 4 wurde also in dem Fall erweitert zum Beispiel für Klimabedienfunktionen. Wir haben also kein Klimabedienteil mehr hier, sondern das wurde jetzt hier in den Mediabildschirm integriert. Man kann das also alles hierüber steuern. Die Steuerung ist intuitiv. Wir haben immer noch genügend Menüs, die wir uns hier über Touch oder eben Wischfunktionen herholen können. Wir haben auch genügend Direktwahlmöglichkeiten, um Zugriff zu haben. Wir haben auch weiterhin noch einen haptischen Drehregler hier auf dem Display. Der funktioniert auch einwandfrei für die Lautstärke hier. Ich finde das Bediensystem Sync 4, welches ich auch schon ausführlich bei meinem Erstkontakt mit dem Mustang Mach-E vorgestellt habe, das ist durchaus gelungen, macht auch einen echt guten Eindruck. Eine schöne Funktion wäre noch so ein bisschen, wenn man den Monitor so leicht zum Fahrer oder eben eher so in die Mitte ausorientieren könnte, dass hier eine Möglichkeit besteht, sich das ein bisschen besser anzupassen. Aber die Ablesbarkeit ist hervorragend. Die Konnektivität ist hervorragend mit Apple CarPlay und Android Auto. Beides auch kabellos umgesetzt. Wir haben auch einen Internetzugang hier. Das heißt, der Mach-E ist auch always online. Wir haben auch moderne Assistenzsysteme von der Fahrerüberwachung bis über den Abstandsregeltempomaten, aktive Spurführung und aktive Abstandsregelung. Das Fahrzeug kann also teilautonom bewegt werden. Hier noch nicht Level 3, sondern hier Level 2+. Das funktioniert aber soweit richtig gut. Das haben sie fein abgestimmt. Die Bedienung hier ist ebenfalls wirklich gut gemacht, denn über das Multifunktionslenkrad hier mit den haptischen Tasten lässt sich vieles direkt ohne Probleme bedienen. Da gibt es auch keine Fragen oder Ähnliches. Auch das kleine Kombi-Instrumenten-Display ist sehr fein gemacht, fein aufgelöst, bietet alle notwendigen Informationen, sodass ich persönlich kein Head-Up-Display benötige. Geschwindigkeitsanzeige, Speed-Limit, Assistenzsysteme, Reichweite und der Akkufüllstand sind hier abgebildet. Also was möchte man eigentlich mehr? Meiner Meinung nach passt das ganz gut zusammen. Nicht so ganz zusammen passt in meinen Augen hier die Materialgüte oder Qualität haptisch, denn wir haben dieses Kunstleder hier, Kunstleder-Stoffbezüge. Das Kunstleder wirkt so ein bisschen, ja, günstig sage ich jetzt mal. Das könnte hochwertiger sein, zumal das Fahrzeug ja nicht sonderlich preisgünstig ist. Viel entscheidender aber natürlich als jetzt Innenraum oder Bedienung oder Ähnliches, ist für viele da draußen natürlich der E-Antrieb, den Ford hier verbaut hat beim Mach-E. In unserem Fall beim GT sind es zwei Elektromotoren, einer an der Vorderachse, einer an der Hinterachse. Zusammen gibt es eine Leistung von 487 PS und 860 Newtonmeter maximal im Drehmoment. Das überflügelt sogar manch Muscle Car und das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Was die Beschleunigungszahlen angeht, hier haben wir 4,4 Sekunden vom Stand aus Tempo 100. 200 Stundenkilometer ist die eingetragene Höchstgeschwindigkeit beim GT-Modell. Und das ganze Fahrzeug wiegt, weil es eine sehr große Antriebsbatterie hat, fast 2,3 Tonnen. Das ist schon ein echtes Schlachtschiff. Ja gut, wobei der normale Mustang mit V8 ist auch kein Kind von Traurigkeit, was das Thema Gewicht angeht. Dennoch, wir haben eine große, richtig große Antriebsbatterie hier drinnen, nämlich 98,7 Kilowattstunden Brutto-Kapazität. Netto nutzbar haben wir hier 88 Kilowattstunden. Das soll für einen WLTP-Reichweite sorgen von 490 Kilometern bei einem WLTP-Verbrauch von 21,2 Kilowattstunden. Wie das aber jetzt in der Praxis ausschaut, vor allem bei einstelligen Temperaturen, das werden wir natürlich am Ende des Videos erfahren. Was ihr jetzt aber schon erfahrt, ist natürlich, wie er sich fährt. Und da muss ich sagen, der Antrieb ist schon richtig fein. Der spricht schön an, powert auch ordentlich. Es gibt auch die Möglichkeit, sich hier einen künstlich generierten Sound einspielen zu lassen über die Lautsprecher. Ich finde, das ist gar nicht mal so übertrieben. Das ist ein dezentes Grollen, was man hat. Finde ich nicht übertrieben. Kann man sogar laufen lassen. Habe ich sogar gerne die ganze Zeit angehabt. Denn es ist nicht störend, sondern ich finde, es passt schön eigentlich zu diesem kraftvollen Fahrzeug hier. Und vor allem zu einem Fahrzeug, was auch so kraftvoll steht, beschleunigen kann. Ein bisschen schade ist die Lenkungsabstimmung und auch das Bremsgefühl. Denn die Lenkung ist ein bisschen indirekt hier um die Mittellage, bietet auch wenig Rückmeldung von der Straße. Das könnte deutlich besser sein in meinen Augen, gerade bei einem sportlichen Modell. Dass es ja gut geht, haben Sie auch mit den normalen Mustang-Modellen gezeigt. Auch bei der Bremse könnte man nochmal nachlegen, wir haben zwar eine sehr, sehr verzögerungsstarke Bremsanlage hier verbaut. Nichtsdestotrotz ist das Bremsgefühl und die Dosierbarkeit hier nicht so optimal geraten. Das liegt zum einen daran, weil einfach der Übergang zwischen Generatorleistung, also Energie-Zurückgewinnung und dem Übergang, wann dann wirklich die Bremsklötze an die Scheibe angelegt werden, dann eher ein bisschen schwammig ist. Das müsste einfach viel feiner sein, gerade wenn man nur so leicht bremst, dann ist das immer so ein bisschen, da fühlt man sich so, als ob man zu wenig drückt. Dann drückt man einfach, ja, irgendwie unsauber. Ich muss sagen, es ist einfach ein unsauberes Bremsgefühl, man hat es dann nach einer Zeit raus, aber dennoch. Rekorporation ist auch das nächste Stichwort. Man kann hier in verschiedenen Stufen rekooperieren. Entweder man hat eine relativ leichte Rekorporation, fast schon Segelfunktion, oder man hat eine weitere Stufe im L-Modus des Getriebes hier. Low bedeutet einfach, es wird ein bisschen stärker rekooperiert. Und es gibt dann über das Menü, muss man das allerdings jedes Mal zuschalten, das ist das Ein-Pedalfahren oder One-Pedal-Drive. Da ist das Fahrzeug dann wirklich genauso eingestellt, dass es auch bis zum Stillstand über das Fahrpedal rekooperiert wird und auch abgebremst wird. Das Fahrzeug bleibt dann auch an einer Steigung stehen und rollt nicht los. Ansonsten muss man eben hier stets auf der Bremse stehen. Fahrmodi gibt es auch drei, die sind jetzt nicht so üblich wie Normal, Eco und Sport, sondern hier hat man das natürlich auch an den Mustang offiziell vom Wortlaut angepasst. Zahm, aktiv und temperamentvoll. Also dürft ihr euch aussuchen, wie der Mustang hier sich verhält, wenn ihr das Fahrpedal entsprechend durchdrückt. Auf der Landstraße fühlt sich der Mustang Mach E GT wirklich zu Hause. Hier liegt er gut auf der Straße. Das Fahrwerk ist aber sehr straff geraten, auch wenn wir hier das Magnet Ride Fahrwerk haben, also ein adaptives Dämpfersystem. In meinen Augen, das hätte auch wesentlich schöner abgestimmt werden können von den Ingenieuren. Denn der Mustang Mach E GT ist ein extrem straff abgestimmtes Fahrzeug, bietet wenig Komfort und vor allem auch etwas stößig in der Federung. Gerade im langsamen Komfort ist das unschön, wie der Mustang hier teilweise über Gullideckel oder ähnliches so ein bisschen drüber trampelt. Und das können andere Fahrzeuge deutlich besser und das auch jetzt hier, obwohl wir eben nur 19 Zöller drauf haben, nicht die serienmäßigen 20 Zöller, weil wir schon die Winterreifen hier auf unserem Mach E GT haben. Also in meinen Augen, da müsste Ford nochmal so ein bisschen nachschärfen, vor allem weil die Spreizung zwischen den Fahrmodi hier zu gering ausfällt. Es gibt entweder nur Bock hart, hart oder erträglich hart. Ja, das fehlt so ein bisschen. Gut, aber akustische Dämmung, was Geräusche von außen angeht, gerade Akustik, Antriebsgeräusche gibt es so oder so keine, aber Abrollgeräusche angenehm niedrig, Windgeräusche angenehm niedrig, was dann auch gerade bei Autobahnfahrten für einen hohen Fahrkomfort sorgt. Das Fahrzeug liegt stabil auf der Straße, auch bei hohem Geschwindigkeitsbereich lässt sich der Mach E GT hier nicht aus der Ruhe bringen. Auch bei sehr starken Verzögerungen mal auf der Autobahn bleibt er wirklich schön stabil und ruhig. Auch eben hier bei sehr schnell gefahrenen Wechselkurven liegt der Mach E GT sauber auf der Straße wie das sprichwörtliche Brett und lässt sich sehr, sehr schön hier raus beschleunigen. Und durch diesen feinfühligen E-Antrieb lässt sich auch die Kraft wunderbar dosieren, sodass man dann echt richtig flott hier über eine kurvenreiche Piste galoppieren kann. Jetzt würde ich aber sagen, ich galoppiere jetzt hier noch ein bisschen weiter, um den Verbrauch zu ermitteln und dann sehen wir uns natürlich gleich zum Fazit mit dem Thema Laden, Reichweite, Verbrauch und meine persönliche Meinung. Der Ford Mustang Mach E bleibt sich selbst dennoch treu, auch wenn es ein SUV ist. Er macht richtig viel Laune, er fährt sich durchaus dynamisch und natürlich als GT-Variante hat er Power ohne Ende, die man halt schön abrufen kann und die auch einem das Lächeln ins Gesicht treibt. Ja, es fehlt einem natürlich so ein bisschen dieser V8-Sound, ja es ist kein Cabrio, ja es ist kein Coupé, dafür aber freut sich die ganze Familie dieses Mustang Feeling genießen zu können. Mir hat er echt richtig viel Spaß gemacht, nicht so viel Spaß macht er dann doch bei den Gesamtkosten, wenn man dann einmal genauer drauf schaut. Doch bevor wir dazu kommen, habe ich natürlich einen wesentlichen Part hier beim Mach E GT vergessen, nämlich das Thema Laden. Laden kann der Mach E dreiphasig an der Wallbox mit 11 kW oder aber DC-Schnellladen mit maximal 150 kW. Jetzt während der kalten Jahreszeit mit einstelligen Temperaturenbereichen konnte ich maximal rund 120 kW an dem Schnelllader abrufen. Die Ladezeit von 10 auf 80% hat er mit 45 Minuten aber dennoch knapp geschafft. Also auch hier alles in Ordnung, leider keine Batterievorkonditionierung möglich. Hier, das ist ein großer Manko, den sollte Ford auf alle Fälle möglichst schnell nachholen. Eine Routenplanung gibt es allerdings mit einschließen von Ladesäulen. Das finde ich sehr gut, also auch hier ein Daumen nach oben auf alle Fälle. Was die Reichweite angeht, so muss man sagen, man benötigt auf alle Fälle, wenn man einen Ford Mustang Mach E sich holt, die große Batterie, die wir hier haben. Denn der Mustang verbraucht doch recht ordentlich. Angegeben mit 21 kWh im Durchschnitt laut WLTP kam ich jetzt auf 22 kWh pro 100 km auf dem Bordcomputer. Und beim Nachladen waren es dann, wenn man die Prozente ausgerechnet hat, wohlgemerkt auf 23,4 kWh. An der Ladesäule waren es dann 31,4 kWh auf 100 km, woran liegt es? Ganz einfach, da sind dann auch noch die Ladeverluste drin. Die Ladeverluste lagen hier bei 15% am Schnelllader jetzt in diesem Verbrauchstest. War der Ford Mustang einst erschwinglich für die Masse oder für viele vor allem, so ist es jetzt der Mach E eher weniger. Das muss man klar sagen, als Elektroauto ist er echt teuer, auch im Verhältnis zu seinen Mitbewerbern. Und die da wären durchaus ein Hyundai Ioniq 5 mit 800 Volt Ladetechnik, ein Kia EV6, etwa vielleicht sogar ein BMW iX3, der dann deutlich teurer ist. Auch ein Genesis Electrified GV70 beispielsweise wäre hier ein echter Konkurrent in meinen Augen. Doch, die haben dem Mustang eben die 800 Volt Technik hier voraus, sind nicht unbedingt sparsamer, aber eben schneller wieder auf der Straße unterwegs. Trotz des kleineren Akkus sind ungefähr ähnliche Aktionsradien möglich, wie hier mit dem Mustang. Was beim Preis jetzt anzusagen ist, einst eingeführt zu einem durchaus passablen Preis, wurde der Preis zweimal mittlerweile in kurzer Zeit, vor allem 2022, bereits angehoben. Einmal um über 10.000 Euro in der Basis und dann nochmal nachgehakt. Mittlerweile beginnt die Basis bei 62.000 Euro. Und der Mustang Mach EGT, so wie er hier steht, kostet jetzt mittlerweile 87.400 Euro. Und das ist schon echt eine Menge Geld. Dafür bekommt man aber auch ein voll ausgestattetes SUV mit moderner Elektrotechnik. Einem vor allem sehr auffälligen Design, wie ich finde, das dem Wagen auch sehr gut steht. Und auch ebenso wie die Lackierung für Blicke sorgen. Mir hat er auf alle Fälle gut gefallen. Ich finde, der Transformationsprozess zu einem vollelektrischen Fahrzeug mit dem Mustang im Logo oder im Grill ist gut gelungen und auch ordentlich umgesetzt. Gerade als GT-Variante hier mit der Power sorgt er dann auch für den nötigen Fahrspaß. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, das Video anzuschauen. Falls ja, vergesst bitte nicht das Like und das Abo des Kanals. Vor allem aber schreibt mir jetzt eure Meinung unten in die Kommentarbox zum Ford Mustang Mach EGT, damit wir jetzt ein bisschen darüber diskutieren können und ich vor allem eure Eindrücke zum Ford kennenlerne. Danke fürs Reinschauen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich reite jetzt noch ein paar Kilometer hier auf dem Pony und sage Tschüss und Servus, euer Ubi. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020